Hallo ihr Lieben! Ich bin's wieder die Kiki von Kikis Kitchen und schaut mal was ich euch heute mitgebracht habe! Mein einfaches und geniales Rezept für diese unfassbar leckeren Himbeerkokosschnitten. Und wir starten jetzt direkt mit dem Rezept! Die ganz genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der Kaufland-Webseite. Gebt zuallererst die Milch in einen großen Topf, denn wir machen jetzt den Pudding bzw. die Puddingschicht mit den Himbeeren. Und dazu gebe ich jetzt ein bisschen Zucker, natürlich für die Süße. Und ich mache es nicht so wie man sonst Pudding macht, ich nehme jetzt kein Eigelb mit dazu. Ich wollte es super unkompliziert machen bei diesem Rezept. Ich nehme einfach Mehl. Mehl geht nämlich auch immer wunderbar und ich finde auch, dass die Konsistenz dadurch sehr gut wird. Speisestärke ist ja immer super beliebt, mag ich an sich auch, aber mit Mehl hat man einfach nochmal eine, in meinen Augen, bessere Konsistenz für dieses Rezept. Das Ganze wird jetzt einmal klümpchenfrei verrührt, den Herd noch nicht einschalten. Sobald die Klümpchen wirklich alle weg sind und die Mehlnester alle verschwunden sind, könnt ihr den Herd einschalten und das unter ständigem Rühren einmal eindicken lassen. Und währenddessen gebt ihr dann noch die Himbeeren mit dazu und die sollten dann auch so richtig schön zermanscht werden da drin. Ich nehme für diesen Part übrigens viel Zeit, bin hier jetzt gerade bei Stufe 7 von 9 und sobald ihr merkt, dass die Milch so ein bisschen eindickt, die Himbeeren mit dazu geben und ihr werdet merken, dass die Himbeeren dann auch so ein bisschen zerfallen. Sie geben auch ein bisschen Farbe ab, aber ihr wisst ja, das Auge ist immer mit und gerade wird der Pudding immer dicker. Ich gebe hier einen Tropfen Lebensmittelfarbe mit hinein. Einfach damit man dann noch optisch sieht, es handelt sich hierbei um was Fruchtiges, um Himbeeren. Das Ganze rühre ich dann jetzt nochmal ordentlich, lasse es richtig gut aufkochen und danach füllen wir das Ganze um in eine andere Schüssel, denn anschließend müssen wir es einmal vollständig auskühlen lassen. Anschließend verteilt ihr Butterkekse auf einem Cakeboard. Ich habe meinen Backrahmen drumherum gegeben und die warme Puddingfüllung kommt direkt auf die Kekse. Das Ganze jetzt am besten nochmal ein bisschen glatt verstreichen und jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben, denn das Ganze wandert jetzt in den Kühlschrank bis alles fest ist. Das dauert so ungefähr 45 Minuten. Den Backrahmen habe ich übrigens eingestellt auf 26 x 26 cm, aber je nachdem welche Kekse ihr verwendet, könnt ihr das natürlich noch plus minus 1-2 cm angleichen. Wir nutzen jetzt die Zwischenzeit und machen leckere Kokossahne. Dafür brauchen wir kalte Schlagsahne, am besten ganz frisch aus dem Kühlschrank. Das gebe ich jetzt hier einmal in die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Das Ganze dann mit Zucker erstmal so ein bisschen dick schlagen und anschließend vollständig steif schlagen. Und währenddessen lasst ihr dann am besten auch Sahne fest einrieseln und ganz zum Schuss kommen leckere Kokosrasteln mit dazu. Und wer möchte, kann hier jetzt auch noch ein bisschen Vanilleextrakt mit reingeben. Geschmacklich passt das nämlich sehr, sehr gut. Sobald die Oberfläche unserer Himbeerschicht ein wenig ausgekühlt ist, könnt ihr die Kokossahne da direkt drauf verteilen und dann am besten schön glatt verstreichen. Anschließend kommen dann auch noch Butterkekse als Abschluss on top. Danach heißt es nochmal geduldig sein, denn anschließend kommen die Schnitten für 4 Stunden in die Kühlung. In der Zeit wird alles nochmal schön fest und sitzt nochmal und die Butterkekse, die gleich nochmal on top kommen, die saugen in der Zeit die ganze Feuchtigkeit ein und werden anschließend auch schön weich. Sehen Sie nicht hübsch aus? Unsere Himbeerkokosschnitten! 20 Schnitten bekommt ihr aus diesem Rezept raus, also das ist so ein richtiges Partyrezept. Oder ihr vernascht einfach mehrere, denn ich finde das bietet sich an, das jetzt hier auch einfach in die Hand zu nehmen und rein zu beißen. Und ich finde auch die Farbe echt hübsch, das sieht optisch so lecker aus! Schreibt nach Sommer! So, guten! Leute, das ist ein Traum! Es ist wirklich ein wahrgewordener Traum! Ich habe sofort die Himbeere rausgeschmeckt und sofort danach kam dann auch schon der Kokosgeschmack. Himbeeren-Kokos ist für mich eine Kombi, die muss ich persönlich viel viel öfter machen. Der Keks ist weich geworden, aber immer noch so fest, dass man ihn in der Hand halten kann. Und ja, was soll ich euch sagen, ich genieße das jetzt hier noch und wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen und ganz wichtig, abonniert den Kaufmann-Kanal, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, dann verpasst ihr nämlich solche genialen Rezepte auch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!